Einen wunderschönen wünsche ich euch zurück von mir aus hier. Wir sind gerade im Herrengartencafé angekommen. Es gibt jetzt endlich mal wieder einen Block und zwar bauen wir hier gerade wundervoll auf mit der Big Band. Ich filme auch mal wieder mit der Lykia irgendwie. Deswegen sind alle da, die ihr kennt von dem anderen Big Band Video, was ich euch jetzt oben verlinke. Hier haben wir den Horst Wittig Elias Dallhaus am Klavier heute Abend. Konrad Auhofer ist heute vor uns am Schlagzeug. Da ist auch der letzte im Bunde, Joachim Loge am Alt, Saxophon. Heute am Tenor. Heute am Tenor? Genau. Und jetzt ein bisschen mit Musik zeige ich euch nochmal, wie es hier so aussieht und so. Es ist ja schon ein bisschen dunkel, es ist halt romantische Stimmung hier, oder? Ganz romantisch. Vor allem wenn wir uns lieben, ist es sehr romantisch. Wir beide, gell? So jetzt wird hier einer professionelle Saxophon gebastelt. Magst du mal eine Bastelstunde im Saxophon Baum geben? Natürlich. Wir haben hier mal den Essbogen. Und da kommt ein super gutes Mutstück. Du musst noch ein Blättchen vorher reinmachen. Legst du dir eigentlich auch in Alkohol ein oder so? Ja, nur wenn der Abend besonders gut werden soll. Aber eigentlich so grundsätzlich kann ich das andecken, das ist normal. Geht's jetzt mal. Geht's hier los schon mal? Ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen leiser heute spielen. Ja. Ja. Und zusammengesteckt wird das Ganze dann wie im Lego-Style, ne? Ja, eigentlich noch ein bisschen einfacher. Aber ich finde mein Blättchen gerade nicht, weil ich es sonst immer nehme. Ja, natürlich. Wir sehen das Teil dann zusammengebaut. Ja. So, das ist dann mein schönes Plätzchen für heute Abend. Und mein Blick wird schön, ne Elias? 2012 2012 Im So, jetzt sind wir gerade hier. Hier gibt es wundervolles Catering, das wollte ich natürlich auch nochmal zeigen. Es gibt immer Essen, wenn wir irgendwo spielen. Und somit sind wir gerade am genießen und gleich spielen wir noch weiter. Und ich würde sagen, gleich geht's weiter. Bis dann. So, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende des heutigen Abends. Also wir sind hier im Herengartencafe, das habe ich euch unten logischerweise auch noch verlinkt. Und sag den Leuten doch nochmal, bevor wir uns morgen wiedersehen, denn wir spielen morgen nochmal, wie viel wir heute verdient haben. Dann kommt Darmstadt. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Wir befinden uns heute in der Art Bar. Ich bin jetzt schon bereit. Gesettet. Der Ende ist heute vollzählig auch. Und ja, sozusagen der zweite Tag heute vom Vlog. Und wir werden jetzt hier ein bisschen Jazz wieder machen. Haben uns von gestern gut erholt. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja. Ja, viel Spaß. Musik 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 Musik